Ich heiße euch jetzt, willkommen zurück zu Pokémon, der vorher roten Edition. Beim letzten Mal haben wir auf der Zinnober-Insel das Pokémon-Haus betreten, um dort eine Möglichkeit zu finden, die Arena öffnen und den Arena-Leiter Pyro besiegen zu können. Nachdem wir das Ganze abgeschlossen haben, haben wir zum Ende hin noch diese eine Person, die an dem Tisch sitzt, und zwar die da drüben, angetroffen, und das ist Bill. Den haben wir am Anfang des Spiels getroffen, als er in Pipi war und wir ihn wieder zurück verwandeln mussten. Diese hat uns auf jeden Fall eine Einladung gegeben auf eine Reise zu den Island-Inseln. Ich persönlich hatte bisher nicht wirklich, wenn überhaupt, was mit diesen Island-Inseln zu tun und habe mich dementsprechend mal so ein bisschen schlau gemacht. Und ich sag's mal so, wir werden das Ganze komplett ignorieren und überspringen. Und zwar der Witz ist, die Island-Inseln gehen, wenn man da zum ersten Mal hingeht, von Island-Insel 1, 2 und 3. Und da wird man so die unterschiedlichen Punkte antreffen. Vieles ist noch nicht freigeschalten, aber man hat da die Möglichkeit, ein legendäres Pokémon zu fangen. Und da ist hier eine Änderung von den Originalen jetzt zur dritten Generation mit Feuerrot und Blattgrün. Und zwar ursprünglich konnte man auf einem einfacheren Weg diesen legendären Gegner treffen. Und jetzt haben sie es hier angepasst, haben den von dem ursprünglichen Ort weggenommen, haben ihn dann dorthin platziert und man hätte da die Möglichkeit, ranzukommen. Ebenfalls gibt es ein VM namens Zertrümmerer, das man da hätte finden können. Jedoch wir werden, wie gesagt, so überhaupt nicht uns darauf konzentrieren. Einerseits, weil wir den Zertrümmerer für die Zukunft der Story nicht brauchen und weil wir keine weiteren Pokémon fangen wollen. Also für diejenigen, die das Ganze in Wirklichkeit in normaler Art und Weise spielen, wo man sagt, man fängt wirklich viele unterschiedliche Pokémon, dann wäre es natürlich ideal, wenn man da sagt, hey, das ist ein legendäres Pokémon, das fängt man sich. Ebenfalls wichtig ist, wenn man diese ersten drei Inseln abgeschlossen hat und dann das Spiel abschließt, schaltet man noch sieben weitere Inseln diesbezüglich frei und da gibt es dann halt sowas wie einen Strand. Den kann man täglich oder auf ähnliche Art und Weise besuchen und wenn man den Detektor einsetzt, hat man die Möglichkeit, da regelmäßig neue Items finden zu können. Hooray! Es ist nett, aber nicht wirklich wichtig. Wir werden hingehen und wirklich uns einfach weiter auf die Story konzentrieren, denn wir haben immer noch einiges vor und das Wichtigste ist ja doch jetzt der letzte Arenaleiter. Wir haben sieben von acht und wenn man das Ganze jetzt vielleicht zum ersten Mal spielt, sitzt man dann vielleicht mal kurz da und fragt sich, Moment mal, wo kann man denn jetzt eigentlich noch hingehen? Und da muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen. Und zwar, wir hatten eine weitere Arena bereits angetroffen, die wir in Vertania City jedoch nicht öffnen könnten. Dementsprechend fliegen wir einfach mal darüber und gucken, ob da vielleicht sich jetzt was getan hat. Kein alter Mann, der uns irgendwie... Okay, der ist jetzt da in aller Ruhe dort. So, was hast du denn zu sagen? Der Arenaleiter von Vertania City ist zurück. Oh ho! Und damit haben wir die Möglichkeit freigeschalten, den letzten Arenaleiter machen zu können. Alright, wen haben wir denn hier? Hey, warte du Champions-Spi! Nicht einmal ich kenne die Identität des Arenaleiters von Vertania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arenaleitern der gefährlichste. Die Trainer hier setzen gerne Boden-Pokémon ein. Ha, Boden. Das ist ein Typ, der uns dann doch so ein bisschen vielleicht bekannt vorkommen sollte. Sogegeben, auf normale Art und Weise trifft man die jetzt nicht so häufig an. Und... Ja, da guckt man sich hier so ein bisschen um. Sieht wieder diese Pfeile. Und wundert sich dann doch vielleicht schon so ein kleines bisschen, wer hier wirklich auf einen zukommt. Hm. Hey, hey, so langsam geht dir die Luft aus. Du bist der erste Trainer, gegen den wir hier kämpfen. Und das ist ein Ass-Trainer. Hideo, hey. Cideo, fünf Pokémon. Und er startet mit einem Sandama. Hm. Sogegeben, ich habe da nicht das richtige Pokémon am Start. Aber es ist ja nicht so, als sollten wir hier relativ gut mit dabei sein, selbst wenn wir keinen Typenvorteil haben. Sehr gut. So, Georock. Dann gehen wir natürlich jetzt hin. Wir werden das Ganze relativ clever anpassen. Denn ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass das eine weitere Arena für Wasser-Pokémon ist. Klar, Pflanze kann man ebenfalls nutzen, so wie Eis. Aber... Das ist hier ganz klar... die Stelle für Rallye-Over, um nochmal zu demonstrieren, wie gut es tatsächlich als Pokémon sein kann. So. Und das Schöne ist, dadurch, dass sie halt an die Arena gebunden sind, müssen sie halt hier diesen ganzen Spaß mitmachen. Und bringen ein weiteres Boden- bzw. Gesteins-Pokémon mit sich. Hooray! So, hier gibt es wirklich eine Handvolle Trainer, die man dann anfinden kann. Und das ist relativ überraschend, denn wenn man sich die Arena im Nachhinein dann anguckt, wird man realisieren, dass sie wirklich ziemlich niedlich klein ist. Welche größer... Ja, doch vielleicht sogar tatsächlich größer als andere Arenen. Wenn man uns im Nachhinein überlegt, ich denke zum Beispiel, die auf der Zinnober-Insel wirkt und ist relativ groß. Wenn man dann die anderen so ein bisschen überlegt, sind doch alle relativ klein. Never mind. Ich denke, das überraschend ist nur, dass man hier relativ viele Träne auf engen Raum findet. Aber die Arena selbst ist doch relativ groß. So, natürlich. Ich denke, man sieht es hier sehr, sehr gut. Und zwar, wir haben unsere Pokémon auf Level 50 hochgebracht. Das ist natürlich für uns relativ angenehm. Hier gehen die Pokémon aus. Da ist ein gewisser Unterschied am Start. Aber auch hier muss man wieder anmerken, die Trainer, die man am Anfang dieser Arena antrifft, sind um einiges schwächer als die zum Ende hin. Und dementsprechend habe ich mich hier schon mal so ein bisschen darauf vorbereitet. So, als nächstes haben wir ein Schwarzkurt vor uns. Ich denke, da können wir ruhig mit dem Pokémon bleiben, dass wir ursprünglich haben. Ja, mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Okay. Mal gucken, wie lange deine Kräfte aushalten werden mit zwei Pokémon. Das ist ein bisschen interessant zu sehen. Denn er startet mit... Okay, weiterhin ein Macholo. Da ist dementsprechend alles in Ordnung. Und ich probiere mal Konfusion. Mal gucken, wie viel Schadenkonfusion hier weiterhin anrichtet. Aber wenn ich vergessen, ein Pokémon leben ja auch weiter mit. Also auch selbst schwächere Attacken können weiterhin effektiv bleiben. So, und dann nochmal ein Mashok hinterher. Bleiben wir ganz kurz hier so dabei. Wer vielleicht ein bisschen aufgepasst hat, hat gesehen gehabt, dass zum Beispiel unser EB-Tag nicht auf Level 50 war. Und das liegt einfach daran, dass ich für die Zukunft nicht geplant habe, es weiter zu nutzen. Hiroshi wurde damit auch besiegt. Sehr gut. Meister, verzeih es mir. Oder verzeih er mir. So, und dann haben wir zu guter Letzt einen Domteur hier vor uns. Und so wie ich das sehe, ist es nicht die Person, die wir hier gerade angetroffen haben. Das ist ein bisschen interessant, denn die Reihenfolge, die ich hier habe, ist komplett anders. Dementsprechend lasst einfach mal Rätselraten spielen. Ich habe übrigens Rallyover weiterhin die Schattenlese behalten. Ich bilde mit meinen Pokémon eine Einheit wie Ying und Yang. Ja, das ist dann halt hier auch schon vielleicht so ein bisschen interessant zu beobachten. Der hat ein Pokémon, Herr Jörg. Genau, das ist ein Rihorn. Okay. Also den habe ich richtig geraten. Hooray. Ja, und das halt ist fiese. Wir haben in der Vergangenheit hier ein, zwei Domteurs angetroffen. Die hatten nicht unbedingt die gleichen Pokémon wie hier. Die Schwarzgurt sind relativ offensichtlich. Jedoch, wenn man auch dann wieder überlegt, Moment mal, Schwarzgurt. Die haben Kampf-Pokémon eingesetzt in der Bodenarena. Und da sieht man weiter so Limitierungen. Deine Pokémon harmonieren gut mit dir. Ja, also verdammt Toh vom Level sind und nicht andere Chancen haben. Ja, dann haben wir hier einen weiteren Tom-Türkig. Nee, das ist ein Ast-Trainer. Das ist ein weiterer Ast-Trainer. Weißt du was? Wir bleiben einfach bei Rallyover. Der Steel zeichnet einen großen Kämpfer aus. Mhm. Auf jeden Fall, wenn man sieht, man muss so ein paar Punkte ansteuern, während wir gegen Markus kämpfen, um hier wirklich vorankommen zu können. Klar, wir hätten jetzt hier nicht gegen jeden von denen kämpfen müssen. Jedoch muss ich ganz ehrlich auch gleichzeitig wiederum zugeben, ich möchte doch so viel XP noch mitnehmen wie wirklich möglich, denn wir brauchen einiges in der Zukunft noch. Dementsprechend jetzt hier auf der Level 50 offscreen schon hochzuleveln war niedlich, aber ich muss noch bei weiten mehr für die Zukunft investieren. Dementsprechend halt hier jeden extra Punkt, jedes extra Level zu bekommen, ist sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall, es gibt hier so ein, zwei Ausnahmen, was Pokémon betrifft, die sie in den Kampf werfen, was immer so ein bisschen fies. Einerseits sagt man, hey, warum sind wirklich alle von diesem einen Typ, das macht es zum Teil ja zu einfach. Andererseits ist es natürlich dann aber auch wieder nervig, wenn sie dann einerseits sagen, wir sind alle Boden-Pokémon, andererseits dann aber keine Boden-Pokémon am Start bringen. Und das ist einfach so ein bisschen die Krux. Da sehen wir zum Beispiel Nidorina, das heißt also, wir haben hier ein Gift-Pokémon vor uns. Ich glaube, ist es Gift-Bot oder ist es rein Gift? Ich meine, die ersten Entwicklungen sind rein Gift. Und ich glaube, das ändert sich auch nicht. Ja, man sieht auf jeden Fall auch noch weiterhin weit da so im 38, 39er Bereich, aber der Arena-Leiter macht nochmal einen großen Satz. Dementsprechend geht das hier durchaus in Ordnung, obwohl man hier sogar in der Arena sagen könnte, dass es ebenfalls in Ordnung gegangen wäre, nicht seine Pokémon allzu stark zu leveln, einfach weil Boden-Pokémon in den meisten Fällen relativ langsam sind. Klar, ich denke, Geschneid ist nochmal so eine Ecken schlimmer, aber ich bin mir relativ sicher, dass Boden-Pokémon so ein bisschen davon leben, eher so die Juggernauts zu sein. Und ich bin hier auch ganz bewusst stärker da eingesetzt. Nochmal. Ich habe den Halt verloren. So, auf jeden Fall, wir sehen, wir können da von dort unten uns da hoch arbeiten, müssen aber hier erst mal den dort wegbewegen. Ich bin der Karate-König, ich besiege deinen Schicksal. Natürlich, gleichzeitig darf man nicht vergessen, wenn man gegen einen Trainer kämpft, der sich bewegt hat, den Bereich verlässt und wieder betritt, dann wird er zurückgesetzt an den ursprünglichen Punkt. Und ich hätte hier das Pokémon passend sollen. Und dann würde man natürlich sagen, Moment mal, wenn der jetzt hier nach vorne gezogen werden müsste, damit er dass wir da dann kommen. Was passiert, wenn der zurückgesetzt wird? Man geht einfach den Weg, den man gerade gegangen ist und dann könnte man den Weg einfach darüber gehen. Das ist eigentlich relativ simpel gehalten. Man muss aber vielleicht erst mal realisieren. lass uns hier so ein bisschen wieder durchwechseln. Wir sind zwar stark genug, dass wir nicht unbedingt auf Typenvorteile achten sollten. oder müssten. den gibt es auch so ein bisschen der Witz dahinter. Wir haben eine Situation mit Boden-Pokémon und zwar die sind anfällig gegenüber Eis und das könnte man hier relativ interessant lösen. Okay, noch mal ein Maschock. Ja, bleibe erst mal so. Und zwar, wir haben zwei Pokémon, mindestens zwei sagen wir mal so, die mit Eis-Attacken agieren könnten. Vielleicht werde ich sogar überlegen oder gucken, wenn man vielleicht nicht sogar noch ein weiteres sucht. und zwar wir haben einerseits Rallye-Over. Er ist als Wasser-Pokémon in der Lage Eis-Attacken zu erlernen. Meine ich. Ich hänge mal wirklich das meine ich hinten dran. Denn das war eigentlich meine Idee für die Zukunft. Aber derjenige, der aktuell wirklich schon Eis-Attacken kann, ist Weißbrot, unser Dratini. und Eugene haben wir besiegt. Ah! So, und jetzt würde ich eigentlich mal gucken. So, wir können wie gesagt jetzt da oben lang gehen. Falls er zurück gesetzt wird, nehmen wir den Weg, den wir hier gerade gegangen sind. Würde aber trotzdem ganz gerne gucken, ob man vielleicht nicht noch den einen oder anderen hier umhaut. Zum Beispiel, da unten haben wir nochmal einen. Ich weiß gar nicht, was der genau ist. Es sah aus wie ein Dompteur, könnte aber täuschen, wenn das nämlich der Dompteur ist, den ich erwarte. dann wieder hier Kadabra, genau. Hi! Allein mein Anblick lässt seine Pokémon schaudern. Auf jeden Fall die Situation ist, wir haben mit Dratini ein Pokémon, das sehr viele unterschiedliche Arten von Attacken erlernen kann. Es ist ein Drachen-Pokémon und Drachen wird anfällig gegenüber Drachen und Eisattacken Boden. Dratini kann Eisattacken erlernen, ich bin komplett falsch Richtung gelatscht und diese sind natürlich schon gar nicht mal falsch, man darf nur nicht vergessen, man hat keinen Typenvorteil, man bekommt diesen Extraschaden, den man anrichten kann und das macht definitiv so seinen Unterschied und weißbrot wird eine relativ große Aufgabe bekommen, jedoch muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß noch nicht, wie er sie hundertprozentig umsetzen wird. Das ging so ein bisschen durch und die haben wir einen Tauchus, so hoch, habe ich bisher so auch noch nicht gesehen gehabt, das ist ein normal Pokémon und dementsprechend wollen wir hier unser Rassav am Start haben, hat sogar Bedroher, aber ich denke an dieser Situation ist wirklich erstmal nichts bedrohlich, auf jeden Fall die große Situation wird dann tatsächlich sein, dass ich zur Verfolgung, also zum Beispiel auch hier interessant zu sehen, normal Pokémon hat von einem 11-Level-höheren Kampf-Pokémon Gertag überlebt gehabt, auf jeden Fall ich werde dann gucken, wie wir zum Ende des Spiels hin nochmal so ein bisschen unser Team anpassen, ich denke das was ihr gerade seht ist so ein bisschen unser Final Team, sie kringen sich vor Lachen, nein, da muss ich ein bisschen verpasst haben was der Kollege am Anfang gesagt hat, okay, ich würde ganz gerne gucken, was fehlt uns noch, ich denke das ist wirklich die beiden von der Kombination die wir haben nämlich immer noch einen Schwarzgurt vor uns den wir glaube ich so noch nicht hatten und mindestens einen Ast-Trainer lassen wir einfach mal ganz kurz bei Kadabra bleiben okay, hier kommt jetzt der Ast-Trainer den ich den Schwarzgurt den ich erwartet habe okay, dann können wir das so lassen und dann bleibt da noch der Ast-Trainer Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports ja und das ist natürlich hier interessant einfach zu beobachten um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen dass man in Saffronia City auf eine Extra Arena treffen kann wo Kampf Pokémon vorkommen dann haben wir hier ein, zwei von denen hier reingewürfelt denke das wäre ganz cool wenn man eher gesagt hätte man hat den allerletzten Arenaleiter der mehr oder weniger jeden Typ hat wo man wirklich das Gefühl hat hier ist dann ernsthaft einen Unterschied zu merken und ich denke dass vielleicht heute noch nicht aber in der Zukunft wird man das merken du bist der Ast-Trainer den ich jetzt vermutlich hier noch brauche das heißt wir werden ganz kurz hingehen hier schon mal rüber wechseln denn da sind wieder Boden Pokémon am Stadt auf jeden Fall die Ast-Trainer sind die ganz ganz großen die Arena Halle von Vertani City war lange geschlossen doch nun ist der Meister zurück auf jeden Fall die Ast-Trainer sind normalerweise Trainer die sehr umfangreiche sehr starke und auch sehr abwechslungsreiche Teams haben also die gehen nicht nur Boden Pokémon und Gesteins Pokémon sondern die haben da wirklich zum Teil mehr dahinter das ist der Start mit einem Sandama meine Weg zugeben wir hatten schon mal so einen Kampf gegen einen der mit einem Sandama starten ist aber ich hatte eher einen Sandan erwartet das zeigt so ein bisschen wie ich mir das hier gemerkt habe noch ein Sandama so wie dieses wirklich nicht nur halt für jemanden der versucht so ein bisschen durch zu planen war das jetzt hier ein bisschen verwirrend so gut der ist schon auf 51 hoch nicht dass wir das allzu sehr bräuchten ein Rehorn hinterher also ich denke hier sieht man da wird nichts überraschendes mit dabei sein auf jeden Fall wir werden zum Ende des Spiels jetzt so nach und nach hingehen allzu viel mehr wird in diesem Let's Play dann auch nicht passieren das nehme schon mal hervor es wird kein Postgame oder ähnliches geben da zumindest bin ich persönlich nicht wirklich allzu sehr daran interessiert denn in den meisten Fällen ist bei diesem Postgame Content einfach nichts interessantes dabei aber dazu später mehr auf jeden Fall ich werde nochmal so ein bisschen gucken wie wir unser Team anpassen das heißt also so gewisse Pokémon die zum Beispiel VMs erlernt hatten wenn man zum Ende des Spiels kommt weiß man die braucht man vielleicht nicht mehr das heißt ich werde nochmal gucken ob man die nicht verlernt und dafür den Attacken gibt die den hilfreicher sein könnten denn das Ende des Spiels ist nochmal zu einem Ticken knackig das heißt Einsatz von den Leveln von den Pokémon die benötigt und allgemein der Herausforderung selbst okay wir müssten so gut wie fertig sein ich denke wir werden jetzt einfach wenn wir den hier abgeschlossen haben und schnurstracks zum richtigen Gegner begeben und zwar die Marina Leiter ich wurde besiegt so um jetzt hier zu dem eigentlichen Punkt zu kommen gehen wir hier wieder zurück gehen nicht den Weg außen entlang sondern hier innen und dann haben wir da auch schon die Möglichkeit zu Giovanni zu kommen so lassen wir ganz kurz gucken nochmal genau er kommt uns doch bekannt vor haben willkommen in meinem geheim versteck hier wollte ich das team rocket wieder auferstehen lassen aber du hast mich schon wieder aufgespürt also gut dieses mal kenne ich keine gnade ich Giovanni der größte trainer trainer fordere revanche okay zugegeben wir sind hier gegangen um den arena leiter zu bekommen und nicht um ihn erneut so gesehen zu stoppen aber hey wenn man hier zwei fliegen mit einer klappe schlagen kann warum nicht gut er hat boden pokémon ich denke das haben wir in der vergangenheit schon so ein bisschen mit bekommen und dementsprechend man könnte eventuell die verbindung ziehen auch wo man auch sagen müsste man hat keinen grund diese verbindung zu ziehen ist nicht so dass man sagt oh ja ich hab das da hier und jetzt hab ich da irgendwelche Vorteile daraus man sagt okay ich habe jetzt sieben nasen die einem nichts gesagt haben auf die nase gehauen mit außerdem vielleicht von rocko und misty die man halt aus den serien kennt aber das zählt in der hinsicht ja auch nicht aber wir treffen hier auch viele pokémon die in der vergangenheit schon hatte mit ein zwei ausnahmen und das persönlich sehr sehr interessant finde so auf jeden Fall wir haben hier natürlich auch wieder ein paar gift pokémon am start ich frag mich wie man die genau bezeichnet einfach nur halt arena trainer oder sowas wie die die vorher angetroffen hatten haben wir gesehen gehabt hier ein paar gift pokémon und vielleicht mal ein kampf pokémon obwohl er hier selbst keins hat aber ich denke man hat schon auf einmal gesehen da ist ein gewisser sprung in den levels mit dabei alle hatten so 38 39 einen hat 43 maschock gehabt aber hier haben jetzt 45 schon am start ich bleib dabei dass nido king richtig cool aussieht obwohl es selber als pokémon gewicht enttäuschend ist vor allem ich glaube dass nido king und nido queen auch relativ niedlich von der größe sind denn wenn man die so ein bisschen sieht man denkt wirklich die sind extremst groß und ich glaube die brechen ich meine zugeben 1,50m großes Vieh auf diese Art und weise ist vermutlich trotzdem beängstigend gerade wenn man normale tiere damit vergleicht aber man denkt trotzdem vielleicht dass so ein 2m klotz oder ähnliches nicht der Fall so und ich bleib dabei klar aus irgendeinem Grund spielt halt Giovanni hier die regeln der pokémon arena leiter mit aber als allerletztes pokémon ein level 50 rihorn zu haben ist ein bisschen enttäuschend dementsprechend da einfach mit dem surfer drüber zu klatschen um das Ganze so zu beenden ha der kampf war hart aber fair du hast gewonnen nimm bitte den erd orden zum zeichen meiner anerkennung also ein bisschen merkwürdig dass die musik auf einmal was anders gemacht hat yay pokodollars nicht reger des erdordens werden dir alle pokémon jegliches levels gehorchen stellt den beweis deines könnens als pokémon trainer außerdem gewährt er dir den zugang zur pokémon liga nimm dieses geschenk mit in dein pokémon liga abenteuer super beschrieben so das ist erdbeben eine sehr starke attacke die ein starkes beben verursacht ich habe sie vor langer zeit geschaffen als ich hier noch arena leiter war aber du bist doch hier arena leiter also da sind so ein paar fragezeichen offen what oh well so gehen wir mal auf erdbeben noch so ein bisschen genauer ein und zwar erdbeben ist eine attacke die wirklich sehr sehr stark ist aber man muss wichtig hervorheben wenn man zum beispiel einen doppelkampf hat also zwei kindische pokémon gegen zwei eigene das eigene pokémon kann ebenfalls von erdbeben getroffen werden und das ist etwas was man vielleicht mit in die taktik einbauen sollte das heißt das zum beispiel ein flug pokémon würde von erdbeben nicht getroffen werden und ist dann halt in der hinsicht sehr sehr cool gut wir haben eine sache für heute noch vor uns und zwar erinnert ihr euch an anfang die route 22 da hatten wir angemerkt hey da ist hugo den konnte man da mit seinem taubsee und seinem bisasam antreffen und wenn wir jetzt dorthin gehen werden wir ihn erneut antreffen und ich sag's mal so den sollte man nicht unterschätzen gut wir haben zwei sachen aber noch vor uns und zwar wir brauchten level 49 um schattenmensch bis zu fukano mit einem feuerstein weiterentwickeln zu können und dementsprechend werden wir das jetzt auch machen er hat keine weitere attacke die mehr erlernen kann er hat flammenwurf mittlerweile erlernt und dementsprechend na da haben wir schon gesehen wie die weiterentwicklung aussieht aber diesmal ist sachen weiterhin eine sehr sehr coole und zwar wickelt sich schattenmensch zu einem arkani weiter und das ist nochmal die ganze hausnummer größer und stärker so ist aber noch nicht alles und zwar wir haben unser pikachu das markenzeichen von pokémon aber auch ein pikachu kann sich weiterentwickeln und man muss wirklich wichtig hervorheben dass ein pikachu von den verteidigungswerten normalerweise nicht wirklich gut ist und die weiterentwicklung von pikachu zu raichu ist nicht unbedingt der größte sprung aber es ist ein sprung der wirklich nochmal einen unterschied machen kann dementsprechend auch wenn as pikachu sich geweigert hat sich weiterzuentwickeln werden wir hier den schritt dann doch wagen ich persönlich finde raichu eigentlich ein sehr sehr cooles pokémon und wird es immer schade wenn leute eher negativ von ihm angetan sind und damit haben wir unser raichu sehr cool so und ich sag's auch schon mal so das brauchen wir auch sofort sofort an die erste stelle mit dir und zwar wir werden uns heute zu allerletzt zu guterletzt dann auch zu rute 22 begeben alright wir gehen mit dem nächsten teil wirklich zum ende des spiels über was robert was für eine überraschung du bist also auch auf dem weg zur pokémon liga oder du bist jetzt auch alle orten das ist cool ich hab zehn robert ich werde mich für die pokémon aufwärmen indem ich dich besiege also los geht's dann mach mal so rivale hugo kommt als allererstes mit einem tauboss das ist wirklich das pokémon nummer zwei an seiner seite und ja wir setzen sonderblitz ganz sind wir ein aber ruckzuckieb erzschlag garantie gesund unangenehm ich hoffe dass wir stark genug sind gegen sein level 47 tauboss und ich denke spätestens hier wird man relativ schnell realisieren man sollte definitiv schon anfangen so ein bisschen mitzuleveln so als nächstes kommt ein rihorn da wollen wir definitiv wieder rüber wechseln ich denke hier ist keine überraschung zu was das rihorn ist auch auf 45 gut dabei aber ich persönlich bleibe dabei dass rihorn kein wirklich gutes pokémon ist vielleicht gibt es wirklich irgendwelche situationen wo man sagen kann oh ja der ist gar nicht falsch aber in den meisten fällen nicht wirklich interessant so er geht sofort hin und bringt dieser flor rein das ist halt interessant denn man hat immer so das Gefühl dass so eine gewisse rein folge eingehalten wird mit welchen pokémon sie starten logischer weise und auch welche sie rausbringen aber gerade bei rivalen kämpfen ist es nicht der fall die größte herausforderung und diese geht an schatten mensch und zwar dieser floor ist drei level höher als wir mit 53 ist es natürlich etwas das man nicht unterschätzen sollte wir hoffen einfach mal hier dass wir mit unserem Typ vorteil halbwegs gut dabei sind auf dem unser arcani reinhauen kann und das ist interessant wirklich weiterentwickelt feuer pokémon hat das item das noch mal extra feuerschaden einem gibt und er hat es nicht geschafft dieses umzuhauen also ich denke da sieht man mal wieder wie kräftig halt ein starkes pokémon den unterschied machen kann aber im entwick war es kein problem so gar hey haben wir in der vergangenheit schon so ein bisschen mit bekommen das ist ursprünglich ein wasser pokémon mit carpador und wird dann wasser flog kein wasser drache sondern wasser flog und das bedeutet vierfache anfälligkeit gegenüber elektro attacken hurray und dementsprechend donnerblitz und das ist dann auch hier relativ schnell gegessen man hätte hier vielleicht überlegen so ein weißbrot rein zu bringen denn ich muss ganz ich zugeben das weißbrot vielleicht nicht allzu viele chancen außerhalb einem speziellen kampf vielleicht bekommen wird interessant der hat zudem auch einen fukano am start also ein mann der vielleicht auch so etwas versteht wie man qualitativ hochwertige pokémon auswählt aber jedoch ist unser pokémon stärker aber wie man vielleicht auch hier sieht erwartet vielleicht noch ein zwei level bis er dieses ebenfalls weiterentwickelt und das ist natürlich gar nicht mal falsch und zu guter letzt simsala simsala wird vielleicht ein bisschen unangenehm denn weiterhin wir haben keinen wirklichen typenvorteil an und für sich das heißt also wir werden mit dem arbeiten was wir haben können und das ist zum beispiel how nice da sehen wir eine seltene aber sehr sehr coole möglichkeit und zwar mit bis kann man gegner zurückschrecken lassen was dazu führt dass sie nicht angreifen können und gerade bei simsala ein pokémon von dem ich einfach grundlegend respekt habe weil da was super duper stark ist ist es natürlich sehr ideal was ich war zuvor unvorsichtig das war eine gute aufwehr ein gutes aufwärmtraining ich bin gut auf die pokémon liga vorbereitet robert auch wenn du gewonnen hast musst du mehr trainieren ich glaube du bist dir dessen bewusst bis dann bye bye ja und da hat er definitiv einen wichtigen punkt angebracht die pokémon liga selbst ist nochmal ein schicken knackiger und darauf werden wir uns noch vorbereiten aber für heute kommen wir zum ende ich hoffe dir gefallen ich verabschiede mich und bis dann